so das war's schon ich habe mir einfach nur gott okay dieses dieses dass die immer noch so lange schreiten müssen wenn die schon tot sind das war's ich habe mir einfach nur die stiefel angezogen und mir so ein komisches ding kann ich hier klopfen darauf hätte ich auch von alleine kommen können du hast diesen abschnitt nicht alles ist es gerettet oder ausgebreitet du brauchst die erde um mächtiger zu werden es wird ja sehr schwierig werden wir überleben das ist nur eine vita chamber ja wie viele eine little sister bräuchte ich noch das problem ist nur dass ich nicht weiß wo die ist jetzt mal kurz gucken ich also da muss ich ungefähr hin ja ja ich bin hierher gekommen der parasit hast drei dinge den freien mark nein niemals euer bettchen oh Hallo! Such dir ein besseres Versteck, Monster! Ich seh' dich! Ich werd' dich jagen, Monster! Scheiße, der hatte die Little Sister schon... Was willst du von meiner Kleinen? Ah, hier lagen doch irgendwo noch ganz viele Eve-Spritzen... Achso, ich brauch' gar keine Eve-Spritzen, verdammt! Hm, okay! Verdammt! Ich brauch' noch so'n Big Daddy hier irgendwo! Ich will die letzte noch schnell ausbeuten und dann, äh... Ein Pepp-Riegel! Ich fühl' mich mit der sich... Irgendwie ist das durch diese Glaskugel hier blöde alles sich so anzuschauen... Ähm, ich hab' überhaupt gar keine 105 hätt' ich noch, aber das nützt mir, glaub' ich, alles nix so... Ist hier vielleicht noch irgendwo einer? Big Daddy, hallo! Komm schon! Oh, ich hab' was gehört! Ähm, man, man... Die hab' ich vorher schon mal eins übergebraten, das sieht man, aber... Ja! Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen... Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen! Ich will sie jetzt nicht, weil es nicht mehr einfach so anzuschauen... Nö, das war's? Nö, das war's? Ich mache ihm das jetzt am günbsten. Auf diese Fallenbolzen-Sache hätte ich ja immer kommen sollen, ey. So, jetzt muss ich nur mal wieder den Weg zurückfinden und dann geht das hier, rubbel die Katz weiter. Hmm, hier vielleicht hoch? Und hier dann? Hier rüber? Oh! Genug geflickflackt. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich vorhin das ganze... Die ganze Munition verschwendet habe... Ach, hier lang. Oder? Hier war schon drin... Oh, verdammt! Main Dings, booms. Ja, ja, da will ich hin. Hier will ich hin. Hier bin ich richtig. Ja, 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 ja. Los, komm, mach. So, brauche ich noch irgendein Dings so... Puh, nö. Hopp! Du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindlig und krün. Ahhhh! Ach, dir ist nur etwas tröbsinnig zum Mutter Mary. Das ist der Plasmipflux. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückkannen. Der Plasmipf... Nee, hier ging's nie ran. Also die andere Richtung und dann sind wir schon richtig. Ja, ja, ja. Na dann, auf um Fontaine. Du hast in diesem Abschnitt ein Little Sisters ge... Was? Wie willst du mich veralbern? Ach, Tatsache, hier gibt es immer noch eine. Wo denn? Waffenabgabe geschossen, ja, ja, ist ja verständlich. Nee, da komme ich her. Ach, das ist doch furchtbar. Jetzt muss ich hier etwa nochmal... Ich will aber gar nicht. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Das ist doch furchtbar. Wir brauchen ja aber scheinbar das... Das ist doch furchtbar. Ich muss genau... Danke, Mr. Bubbles. Sobald... Baby, sieh auf! Hä? Oh Gott! Frau Krite! Oh Gott! 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 Ich schThate furchtbar! Oh Gott! So, jetzt haben wir dann auch die letzte Little Sister. Sehr schön, sehr schön. Nachladen. Oh, ich kann gar nie alles an Geld mitnehmen. Das ist ja aber ehrlich. Nun gut. Am Anfang war das ja nur lustig, aber jetzt kommt ja dauernd dasselbe. Und in so kurzen Abständen gab es hier noch irgendwo, wo ich was kaufen konnte. War ich hier oben schon? Ach ja, das ist ja dieses Bibliotheks-Smith-Zeug-Dingens hier. Äh. So, jetzt ist es aber soweit. Wo ist meine... Ach, die wird schon hier irgendwo sein. Und weiter geht's. Museumslobby. Die Kleinen werden dich zur Propäne führen, aber du musst ihr Beschützer sein. Das war's, Kleiner. Komm, Mr. Bubbles. Aber du erinnerst dich an das Meister ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in ein U-Boot gesetzt. Komm, gehen wir. Ich bin soweit. Ja, 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 das ist ja schön. Wo bist denn du schon wieder hin? Hau da nähernd dauernd ab. Gehen wir, Mr. Bubbles. Da hat es noch einen Antrag. Wer ist der? Oh. Ich bin soweit. Gehen wir, Mr. Bubbles. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Oh, meine Arme, Mordra. Oh, mein Gott. Komm, gehen wir. Ja. Ja, 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 ja. Detroit mit einer Besser piggyback. Ja, 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 ja.